So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. So. Ei, 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 wir haben es nur geschafft. Hä? Ach, das können wir scannen? Was für eine Scheiße ich hier übersehen habe, ne? Guck mal. Äh, Lungenpflanze. Fühlt sich die Lungenpflanze bedroht, füllt sie ihre Körperhöhle mit Luft, um größer zu wirken. Versucht ein Slug dennoch, ihre Blätter zu fressen, lässt sie die aufgenommene Luft schlagartig ab, um ihn zurückzuwerfen. Die versucht also jetzt, größer zu wirken. Jetzt lässt sie die Luft ab, um ihn zurückzuwerfen. Entweder fühlen sich die Lungenpflanzen einfach dauerbedroht hier, was ich voll verstehen kann. Oh oh. Oder, keine Ahnung. Wo ist denn hier diese Dania? Hä? Die muss doch hier irgendwo sein. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, da oben. Da war ich aber schon, ne? Da war, da war ich schon. Da war ich schon. So. Ich verstehe übrigens nicht, wo die ist. Ich hab keine Ahnung, wo die ist, ne? Ich hab hier irgendeine Dania oder so gehabt gerade, habt ihr ja gesehen. Ich hab nicht gespeichert, also nicht, nicht, ähm... Ach doch, ich hab gespeichert in dem Zeitraum, ne? Dann vielleicht ist sie deswegen weg. Das weiß ich natürlich nicht. Wenn ja, tut es mir leid. Das war wahrscheinlich wieder so ein Random Encounter von der Hexien Brute. Oder Haxien Brute. Ja, Brut. Muss auf Deutsch so sagen. Ja, dann tut es mir wirklich leid, aber... Ja, gut. Passiert halt, ne? Waren hier nicht auch noch Spinnen? So, wo müsste ich denn jetzt hier hin? So, da müsste ich rüber. Da müsste ich hier durchtauchen. Und dahin. Wo könnte hier noch, ähm... Oh, Junge. So, ich muss da einmal gucken. Ich mach mal noch das Vieh da hinten fertig. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht erschließt sich ja uns hier schon. Aber ich glaube ja nicht, ne? Naja. Weil ich überlege gerade, wo wir denn hin können. Oh, ja, das war... Nix. Aber ich verstehe es nicht, ähm... Hm. Ja, hier können wir rein. Hier haben wir schon. Das haben wir hier auch schon gehabt. Das habe ich ja gerade gesehen. So, hier kommen wir nur nach hier oben. Da war ja nix. Da war nur die Kiste. Und die haben wir schon geöffnet. Und wäre da noch was gewesen, hätte ich das safe gesehen. Und da bin ich mir ganz sicher. Hier kommen wir noch rüber. Da müssen wir da oben hin für. Dann werden wir da oben hingehen für. Und das war, glaube ich, da, wo Taful stand mit seinen Männern. Natürlich kann ich mich ja auch übertrieben irren. Und, ähm... Ne, ich glaube schon, dass ich mich nicht irre. Ja, die stehen hier sogar immer noch. Was war da zwischen dir und Saw? Eine... Meinungsverschiedenheit. Er glaubt, der Krieg hier sei verloren. Und du? Ich lasse die Wookies nicht alleine leiden. Und wenn Saw recht hat? Wenn Kashyyyk verloren ist? Das Imperium setzt auf Angst und Gleichgültigkeit. Wir sind eine Herausforderung für seine Existenz. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Und er ist jedes Opfer wert. Völlig egal, wie er ausgeht. Wie wurdest du zur Kämpferin? Ich war Topografin. Und bin auf abgelegene Planeten gereist, um dort die Natur zu erfassen. Klingt aufregend. Es war mein Traumjob. Dann wurde die Republik zum Imperium. Die Armen wurden Zwangsarbeiter. Ich konnte das nicht mit ansehen, also trat ich dem Widerstand bei. Solche Leute müsste es mehr geben. Wir kämpfen weiter. Gut. Das war aber eine plausible Erklärung, warum es nützlich ist, jeden Kampf zu führen. Ist nicht so oft, oder kommt nicht so oft vor, dass man so eine gute Erklärung kriegt. Ach, da oben ist er. Hier ist... Nichts. Wir müssen da also irgendwo hintauchen. Also, anders kann ich es mir nicht erklären. Uah. Machen wir das doch mal. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Also hier schon mal nicht. Hier waren wir ja. Da oben waren wir auch drin. Also irgendwo muss noch was sein. Weil irgendwo... Muss ja dieses komische Geheimnis sein, ne? Und das wollen wir ja finden. Wir wollen ja alles finden. Aber wie gesagt, also diese Scansachen, die werde ich dann... Die werde ich dann auch... Eventuell mal so einen Zusammenschnitt von machen. Mal gucken. Also dass ich dann aufnehme, boah, guck mal hier. Sag ich mal auf eine Karte, hey, hier bin ich gerade. Falls ihr das dann auch finden wollt. Und dann halt mit so mehreren Sachen. Wenn am Ende jetzt, sag ich mal, ein paar Sachen fehlen, da werde ich nicht durch die ganze Welt nochmal durch aufnehmen. Weil das wäre ja auch blöd, ne? Das ist für mich nix. Ist für euch nix. Und da werde ich dann zusammenschneiden. Weil das dauert ja auch alles Ewigkeiten, bis man da ist. Okay. Er hält mich für blöd. Ich finde diese dämliche Erinnerung hier nicht. Ich meine, hier ist unser Freund. Da können wir anscheinend nicht dran klettern. Können wir hier dran klettern? Das wäre hart, sei einfach eine Schwanzspitze ziehen, Alter. Und dann rastet der völlig aus. So, da oben sind wir aber auch schon im anderen Gebiet. Jetzt nochmal ganz genau gucken, wo ich war. Hier war ich schon. Hier war nix. Hier war ich auch. Hier war ich auch gerade drin. Ist unter Wasser noch etwas, was... ... ich übersehen habe? Ist hier eigentlich nicht. Da. Da ist vielleicht noch so... Hm. Ach ne, da sind die Kisten drunter, ne? Okay, ja. Gut. Da sind die Kisten drunter. Aber hier könnte vielleicht noch was sein. Okay, hier könnte vielleicht noch was sein. Das weiß ich gerade nicht. Da gehe ich dann mal hin. Das weiß ich gerade nicht. Ach, guck mal, hier gibt es eine Abkürzung. Ach, Moment mal, wenn es hier eine Abkürzung hingibt, ne? Könnte es vielleicht auch sein, dass es hier irgendwo dann die Erinnerung gibt. Dass die hier irgendwo liegt. Wenn wir damit interagieren, würde ich mal drauf wetten. Können wir mit ihm reiten. Oh, das Timbehälter. Ach. Gut, wir kriegen aber keine, kein Slot mehr, leider. Wir haben nämlich das Maximum leider schon erreicht. Aber wir haben einen Timbehälter gefunden. Kann man so machen. Ja, die maximale Anzahl haben wir eh schon erreicht, ich weiß. So. Ja gut, haben wir den, guck mal, ist den Behälter hier von der Welt auch gefunden. So, hiermit können wir reisen, aber das möchte ich gerade gar nicht. Ach, wie cool, ne? Dass wir einfach so unten rumlaufen können und so. Also, ich finde es klasse. Ich finde es wirklich gut. Macht Spaß. Jetzt nur noch dieses Geheimnis finden. Also nicht Erinnerung. Ich sage immer Erinnerung, aber es ist ja eigentlich als Geheimnis deklariert. Jetzt noch dieses Geheimnis finden. Das, das muss ich gerade sagen, ist schon ein bisschen nervig, weil ich es einfach nicht finde. Ich meine, wir waren schon überall, gefühlt. Ähm, klar, es gibt hier neue Sachen wie ihn hier und den Timbehälter oben. Aber das Geheimnis gab es ja wahrscheinlich nicht erst seit dem Spielende. Ja, okay, gab es den Timbehälter vermutlich auch nicht. Oh, das ist, das ist traurig, wenn man so knapp irgendwo dran ist und es dann trotzdem nicht schafft. So. Mal genau nachgucken, aber hier ist ja auch wirklich nichts. Wo man auch hinkönnte und sagen könnte, hey. Ein Geheimnis. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Nö. Ich dachte, er ist vielleicht hier so versteckt in der Kuhle, aber das leuchtet ja richtig schön blau. Und hier leuchtet gerade gar nichts blau. So. Und hier wollte ich dann ja mal nachgucken. Hier wollte ich dann ja mal nachgucken. Ob hier irgendwas ist. Und das sieht eigentlich ganz gut aus, weil hinter sowas könnte immer was versteckt sein. Hier aber anscheinend nicht. Trauer macht sich breit. Okay, nicht Trauer, sondern eher Frust macht sich breit. Und das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade, weil ich würde das echt gern finden gerade. Und ich weiß einfach nicht, wo das ist. Oder wo ich auch suchen soll. Weil ich meine, wir sind ja alles so weit abgeschwommen. Manche ist jetzt schon zum dritten, vierten Mal, ne. Also ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass es im Wasser ist. Hast du gut gemacht, Junge. Kotz dir aus, so. Da oben kann es nicht sein, oder? Also ich versuche gerade hier alles so ein bisschen auszuloben. Und gucke gerade, ob es, äh... So, da sind wir. Ob es da oben sein kann, aber da oben ist nichts. Nein, weil man sieht es leuchten. Man sieht es einfach leuchten. Und ich sehe hier oben nichts leuchten. Hier sehe ich nichts leuchten. Hier... Ja, das Einzige, wo ich noch denke, wäre hier. Wir waren jetzt hier oben. Nein, hier war nichts. Nein. Hier war auch nichts mehr. Wir sind geschwommen, da war nichts. Das soll einfach nur simulieren, dass da Wasser ist. Okay. Also jetzt die Frage, wo ist es? Weil irgendwo hier soll es... Ach, eins von ein Geheimnissen entdeckt. Das war also der Stim-Behälter. Oh. Oh, es tut mir leid. Also, jetzt mal ohne Spaß. Ähm. Stim-Behälten als Geheimnis zu... äh... zu sehen. Naja. Ich dachte, das wäre so ein Geheimnis extra oder sowas. Na ja, gut. Passiert. Gehen wir weiter. So lange haben wir jetzt nicht umsonst gesucht. Jemand ins den Behälter, den habe ich ja auch relativ spät gefunden. Jetzt müssen wir mit dem... Ähm... Ne, wir müssen gar nicht mit ihm reisen. Mit ihm können wir ja nur direkt am Ende hinreisen. Ah, geht er hoch. Da wird uns mit Sicherheit auch was erwarten. Ach, okay. Ja. Ah. Warum? So. Ich wollte schon sagen, warum wirfst du nicht einfach auf ihn drauf? Aber ich habe ihn da gar nicht angewählt gehabt. Doof. So, jetzt muss ich gucken. Hier haben wir beide Truhen erreicht. Hier brauchen wir noch eine Truhe. Und das ist, glaube ich, der Punkt... Ich weiß nicht, wo uns der Vogel hinbringt. Aber ich glaube, er bringt uns irgendwo hier oben hin. Oder wir können einfach nochmal mit ihm so ein bisschen rumgucken. Vielleicht mache ich das auch nochmal, aber nicht jetzt. Jetzt will ich erst hier die... Eine fehlende Truhe haben. So, hier habe ich... Alle. Und da habe ich... Äh... Auch alles. Also hier... Nur noch hier diese... Ne, hier ist alles. Nur noch die eine Truhe. Dann habe ich auch alles soweit erkundet, ne? Ah, ne, warte mal. 96 Prozent. Was? Was fehlt mir denn hier noch? Hä? Warum 96 Prozent? Was habe ich denn hier nicht erkundet? Ach, wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich wirklich die... Ähm... Die Albino... Vischuk. Ja, muss ich mal gucken, warum die nicht auftaucht. Eventuell müssen wir dann nochmal hier hin. Da werde ich dann aber auch halt... Äh... Nur den Kampf reinschneiden. Ähm... Ja, finde ich ein bisschen blöd, dass sie halt nicht immer auftaucht. Oder beziehungsweise vielleicht auch ein Bug ist, dass sie nicht auftaucht. Und das meinte ich übrigens auch damit. Wenn jetzt wirklich ein Bug ist... Und ich werde sie nicht mehr kriegen... Dann werde ich die 100 Prozent nicht kriegen. Und auch wenn das dann echt blöd ist... Das ist dann halt so. Okay, da kann ich nicht runter. Ich dachte, da könnte ich runter. Weil hier irgendwo muss ja die Truhe sein. So. Irgendwo hier muss die Truhe sein. Und hier muss ich ganz genau gucken, wo. Guck mal, hier kann man runter. Da unten ist ein Lagerfeuer. Da ist kein Lagerfeuer. Da ist nur so eine... So eine Schlingpflanze. Also nicht runter gehen. Das wäre nicht so gut. Ach, hier habe ich schon... Ach, doof. Hier habe ich schon alle Truhen. Das war der nächste Abschnitt. Ah. Das erklärt so einiges. Na gut, da wird irgendwie schneller klettern können. Na gut, da wird irgendwie schneller klettern können. Äh... Beeilung! Beendet ihr das! Ah! Weg dich! Seht euch das an! Könnte eine Falle sein! Gesamte schwere Artillerie aufgeschaltet! Das gefällt mir gar nicht. Das war unser letzter Fernsehenskruppler. Vorrücken! Na komm. Und Tschüss, mein Freund. So schnell kann das gehen. Ähm... So, da hoch muss ich... Ja! Da muss ich hoch. Ja, wie gesagt, kein Problem hier mit unserer Fähigkeit. Und dann da durch. Ja, da müssen wir lang. So. Aber sehr schön, hier haben wir schon alles. Da können wir ein bisschen entspannt durchgehen, ohne... ...groß suchen zu müssen, ne? Wenn die ganzen roten Pflanzen jetzt... ...diese einen roten Pflanzen wären, dann wäre das... ...maximal kacke. Da müssen wir hoch. So, und da müssen wir aufpassen, weil dann... ...können wir ne Truhe finden. Und da diese Truhe vermutlich nicht... ...nicht... ...also wirklich vermutlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit... ...nicht... ...auf, ähm... ...der Rutschbahn liegt... ...wird sie irgendwo... ...vor dieser... ...Rutschbahn sein. Also irgendwo hier auf dem Stück. Und dann haben wir auch alle Truhen aus Kashik. Oh, guck mal, da können wir erstmal nochmal speichern hier. Wunderbar. Das war hier übrigens die Gegend, wo wir den, ähm... ...ach, mir fällt der Name nicht ein. Den großen Vogel... ...zum ersten Mal gesehen haben. Unseren Freund. Sehen wir den von hier? Schade. Ich dachte, wir können den von hier vielleicht sehen, aber leider nein. Also hier muss irgendwo die Kiste sein. Ja, oder hier oben, ne? Das wär wohl auch plausibler. Ach ja. Na, guck mal her. Ich werde dich vernichten. Ach, du musst mir gut. Wir erleiden Verluste. Kein Rückzug bleibt. Ich werde es genießen. Kämpfe weiter. Komm schon, Jedi. Ich brauch ein Stim, bitte. So. Ah, der ist... Der ist gar nicht mal so schwach. Aber auch gar nicht mal so stark. Ne, aber der war nicht schwach. Der ist, äh... Ich konnte hier nicht gut abwehren, muss ich zugeben. Hab mich auch nicht gut angestellt dabei. So. Ja, irgendwo hier muss jetzt die Truhe auf jeden Fall sein. Weil, äh... Ah, ich glaub, ich weiß, wo. Hä? Das sieht aus, als kommt man da runter. Und da ist die Truhe. Ach, guck an. Ja. Hä? Doch richtig. Ich dachte schon so, hä? Wo soll die sonst sein? Nein! Bleib mal los da drauf, Junge. Neues Poncho-Material erhalten. Ja. Kann man so stehen lassen. Braucht man nicht unbedingt. So. Jetzt gucken wir. Also, erkundet. Das ganze Gebiet ist erkundet. Das ist auch erkundet. Bis hier. Dann ist das erkundet. Das ist erkundet. Ja, dann heißt das ja für mich, dass wir... Zumindest was die Kisten und so angeht, komplett fertig sind. Und das letzte wahrscheinlich einfach wirklich nur die, ähm... ...die... ...die... ...Albino-Geschuk ist. So. Kommen wir ja zurück. Nicht wahr? Der Rückweg... ...sollte ja schneller gehen. Wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt wie ich. Na, in der Rückweg sollte schneller gehen. Wir suchen ja nix. Äh. Beziehungsweise wir können auf dem... ...auf dem... ...Dings reiten. Weil ganz zurück kommen wir... Da sollst du nicht runtertauchen. Weil ganz zurück kommen wir sowieso nicht. Fällt mir grad so ein. Weil da, äh... ...an dieser einen Stelle hier, wo wir grad gesagt haben, wo das Geheimnis zu suchen war... ...da kommen wir ja gar nicht, äh... ...ne? Da kommen wir ja gar nicht hin. Also denke ich mal... ...müssen wir auf unseren Freund rein. Das war klasse. So. Ja. Reisen wir. Gucken, wo er uns hinbringt. Ich hoffe wieder zum Schiff. Da können wir dann die Pflanzen schon mal einsammeln. Und wo er uns hingebracht? Jo. Ja stimmt, hier hin. Boah, geil. Und wo ist er jetzt? Den hab ich doch grad... Was? Den hab ich doch grad gesehen. Bin ich blöd? Boah. Schade. Ich glaube, ich hab den aber grad noch gesehen, oder? Der war doch hier irgendwo, stand der doch. Ja, ist egal. Dann werden wir jetzt nochmal gucken, ob die Albino... Oh, wir haben sechs Stimms. Also es ging doch noch höher. Ah. Weil ich... ...maximales erhöht. Ich dachte, wir hätten das erreicht. Ja, man sollte richtig lesen. Also es kommt mir grad so in ein Gedächtnis. Das wird ja... Ne? Aber egal. Hä? Ach hier. Aber gut, dass wir schneller klettern können. Das ist so eine Eigenschaft, die ist echt schön. Ich weiß auch, warum ich hier nichts gefunden hab. Ich bin hier einfach den Weg wieder hochgegangen. Das war vielleicht nicht so gut. Okay. Oh, schade, dass ich den ersten getroffen hab. Das wär bestimmt auch so gut gewesen. Ja. Na, Kollege. Ciao. So, komm, wir sind gleich schon wieder da. Wunderbar. Perfekt. So find ich das in Ordnung. Das war alles wirklich gut. Du kannst mich nicht erledigen. Leide. Oh. Alter, du machst uns jetzt nicht fertig, Kollege. Kumpel, hilf. Du bist schnell. So. Du machst gar nichts. Ja, komm, wie sie da oben stehen. Sollen sie stehen. Wir umgehen sie. Ja, wie gesagt, also ich denke mal, das Einzige, was wir wirklich noch erkunden können. Weil es wird uns ja auf der Karte nichts angezeigt. Ist wirklich nur... Weil wir waren ja auch schon... Weil wir waren hier schon, mussten wir lang. Wir waren hier drüben. Wir waren hier oben. Wir waren überall. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist die Albino-Vishuk. Besiegen. Und das ist halt das letzte Monster hier. Deswegen glaube ich, dass das das Special Monster ist. Anders macht es keinen Sinn. Und deswegen... Tschau. Tschau. Ach, scheiße. Erst gelacht. Und dann nicht mehr gelacht. Setz live. Ich wollte schon sagen, ey. Geh da dran. Hack das. Überlad das. Sorry. So. Ja, ich... Hab dich auch gesehen. Gefällt dir jetzt im Endeffekt wahrscheinlich nicht mehr so gut. So. Das Ding ist, da müssen wir nicht hin. Hier. Deswegen werde ich einfach mal direkt nach rechts gehen. Wir wollen ja zum Albino-Vishuk. Ich glaube, hier war der Eingang zum Schattenland, oder? Hier war der Eingang zum Schattenland, genau. Schön. Ähm... Boah, da kommen wir jetzt aber safe hoch. Komm. Habt ihr das gehört? So. So. Ja, das ist, das ist gerade so ein bisschen Ich brauche Verstärkung Und schau Geht auf jeden Fall gar nicht mehr so schlecht Ich will jetzt aber mal wissen, warum wir die nicht triggern Warum die nicht kommt Das ist so maximal doof Weil ich würde die schon gern hier haben Wir müssen die ja anscheinend noch besiegen Auch wenn wir sie in einem Verzeichnis haben, haben wir sie nicht besiegt Heißt, keine 100% Erkundung Und das finde ich halt gerade so maximal doof Speichern wir erstmal Und dann werde ich an der Stelle auch mal einen Cut machen Vielleicht finde ich ja eine Lösung deswegen Wegen dem Problem Und dann sage ich mal Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen Und dann sage ich mal